Gäste Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Soma. Das letzte Mal haben wir hier einen funktionierenden Chip gefunden. Vielleicht der letzte, der funktioniert, auch wenn ich das nicht genau weiß. Aber ich denke mal, diese letzte verbleibende Erinnerung werden wir uns jetzt mal anschauen. Und zwar hier. Ne, hier. Steckplatz 2 Chip. Sehr gut. Hier sollte man eine Liste von Leuten sein. Schau, ob es jemanden gibt, der eine Sicherheitssignal. Linwalls Harrah. Laden wir mal hoch, oder? Hm. Sagte, sie würde beim Überbringen der Arche helfen. Probieren wir es mal. Bin gespannt, ob überhaupt alle gehen. Ich glaube es nämlich irgendwie nicht ganz. Nein, das funktioniert nicht. Wir brauchen jemanden vom Theta Security Group. Gehen wir nacheinander durch. Mit diesem Serang würde ich wirklich gern reden. Weil der hat sich ja nachher umgebracht in Wirklichkeit. Das wird auch nicht funktionieren. Schau für die Sicherheits-Leute wie Kronstadt oder Strohmeier. Ja, ich weiß schon, dass dieser Strohmeier... Was? Strohmeier? Strohmeier ist hier nicht, aber ich lade hier einfach mal durch. Ähm. Weil ich möchte möglichst alle Delta-Flüchtling-Roboter-Technik... Er arbeitet jetzt mit Strohmeier, also der könnte was wissen. Wahrscheinlich sogar. Wenn das in der Anmerkung steht. Das... Okay. Umgebung haben wir keine. Modul haben wir auch keine. Okay. Los geht's. Das war nicht so schlecht. Strohmeier hat mich wirklich getrennt. Bastard. Was? Was ist das? Woher geht's? Nicht Angst. Chun? Was ist das? Ich kann nichts sehen. Da nichts hier. Nichts, Herr Wan. Es wird alles besser. Nein, nein. Das ist ein Lied. Du bist ein Lied. Nichts, Herr Wan. Nein, nein, nein. Warum, warum machst du das mit mir? Ich vertraute dich, Chun. Ich vertraute dich! Wir haben den Mann nur in der Leben gebracht. Ich meine, er ist ein perfektes Scan. Er ist für den Arken. Er ist das richtige. Und wir haben ihn ausgelöst. Wir haben es wieder rausgebracht. Ich dachte wirklich, dass das funktionieren würde. Vielleicht können wir es wieder versuchen. Okay. Nochmal, oder? Wir können eh nicht zurück, oder? Wir müssen eine Strategie haben. Das ist mir schwer, Herr Wan. Ich schaff. Ich trage mich sehr viel. Der Mann. Was ist das? Was ist alles? Was ist alles? Geh' es langsam, Herr Wan. Chun? Was ist das? Ich kann nichts sehen. Es ist nichts hier. Es ist okay. Es ist wirklich ein Teil des Scham. Nein, nein. Das ist eine LIE. Du bist eine LIE. Herr Wan, ich muss du dich hügelchen. Nein, nein, nein. Warum machst du das für mich? Ich vertraute dir, Chun. Ich vertraute dir! Schon wieder? Das Setup wird nicht funktionieren. Wir brauchen etwas anderes. Okay. Ich kann hier aber auch nicht zurück, oder? Wahrscheinlich muss ich so ein Modul oder Umgebung finden. Ich nehme das mal mit. Und stecke es wieder rein. Gut. Vielleicht damit wir sind wieder hier. Shit. Gut. Schauen wir mal, ob hier noch andere Chips vorhanden sind, die vielleicht funktionieren. Hier ist keiner. Ne, hier haben wir glaube ich schon alle angeschaut. Hier ist auch nichts. Nichts, was richtig ausschaut. Wir brauchen diese Umgebungen. Hier ist nichts. Nope. Und hier ist auch nichts, was intakt ausschaut. Shit. Ist es hier drin? Ne. Das da? Ne. Hm. Gute Frage. Oh, Simulation Assets. Oh. Nice. Mehr Stuff. Oh, jetzt können wir das hier reintun. Ah. Steckt Platz 1, Chip. Sehr schön. Lade Umgebungsdaten. Oh, wir können jetzt Strand oder Skihütte machen. Okay, probieren wir mal den Strand. Das war nicht so schlecht. Das war nicht so schlecht. Das war wirklich gut. Das war mir wirklich gut. Das war mir gut. Was? Wie kam ich hier? Nicht Angst, Herr Wan. Dr. Chun, ist das dich? Was ist das? Was ist das Ort? Alles ist gut. Thaden braucht deine Hilfe. Wir brauchen die neue Sicherheit. Dr. Chun? Ich höre deine Sorge, aber es ist niemand hier. Es ist niemand hier. Es ist empty. Es ist zu empty. Es ist etwas wirklich falsch in diesem Ort. Es ist nicht real. Es ist nicht real. Ich muss hier rauskommen. Nee. Wir brauchen es, dass wir es nicht mehr aufzuhalten. Können wir ihn einfach aufzuhalten, bis wir den Scytherin bekommen haben? Je länger er sich auf das Computermodell ist, desto mehr er sich aufzuhalten. Was ist falsch mit dem, dass er ihn ein bisschen inzuhalten? Es würde ihn verrückt. Also lasst uns die Session kurz und die Sphäre zu einem Minimum. Gut, dann probieren wir Scytherin, obwohl ich glaube, dass wir wahrscheinlich noch irgendwas finden müssen, aber... Ich bin gespannt, wie es ausschaut. Ich glaube eh nicht, dass das funktioniert. Von daher... Da ich eh denke, dass es nicht funktioniert hätte, machen wir jetzt erstmal auf die Suche nach Merso-Stuff, der mir jetzt helfen wird. Hoffentlich. Wie hier das. Das ist kein Log. Steht hier irgendwas Interessantes? Ich glaube nicht. Hm. Hier? Nee. Ich hatte nur eine Idee noch. Da ist nämlich kein so ein Log. Und zwar... Wir schauen einfach mal bei... OneBrandon vorbei. Weil immerhin... Haben wir ja... Wobei? Vielleicht ist hier irgendwas, was hilft. This is where I did my scan. And all the others I suppose. You don't remember? Okay, und da ihr Scan der erste war, weiß sie nicht, dass sie natürlich die anderen Scans auch gemacht hat, weil zu dem Zeitpunkt ist sie ja von ihrer physischen Identität getrennt worden. Gut, hier gibt es sehr viel anzuschauen, deswegen machen wir erstmal das hier. Uh, Straske? Come in, I need help in the lab. The scan room. What happened? Conrad killed himself after the scan. Jesus, how? Uh, maser tool? What should I do? I'm gonna need to tell Strohmeyer... No, please! I'm so close. Strohmeyer's gonna shut down the ARC project. It's not my fault people keep killing themselves. Catherine, what are you gonna do? It's not like you can sneak a 300-pound body out of the lab. I know. Catherine, are you okay? Not even close. Mir fällt gerade ein, es wäre ziemlich heftig, wenn wir irgendwann Catherine in Person begegnen. Und nicht nur wie jetzt als Scan auf einem Omnitool. Na, hier scheint es nicht zu sein, aber hier gibt es vielleicht Stuff. Scans. Immorgan Reed, Guy Conrad, Tankfluten. Scanraum. Strand. Verset. Scans. Okay, Netzwerkübertragung. Hört sich doch gut an, oder? Tankfluten. Tankfluten. Mal. Netzwerkübertragung. Eingeschränkter Dateizugriff. Kopie. Vielleicht können wir das an das Zeug, an den, in den Chip reinkopieren. Gut, hier möchte ich mich irgendwie nicht draufsetzen. Okay, hier ist nichts. Ah, ich sehe. Was? Check das Terminal, ich möchte nur sicher. Okay, was löschen? Na, komm. Berg. Okay. Oh, Munchie. Geboren, gestorben. Oh, der ist fast 100 geworden. Kanadisch. Jared. Oh. Bereit für einen großen Brocken-Story wahrscheinlich. Der hat sich übrigens ein paar... Das ist der Scan von vor ein paar Tagen vor der... Bevor wir den Scan gemacht haben. So, und das ist jetzt sicher interessant. Simon, Jared. Was ist das? Warum hast du ein Bild von mir? Du bist einer von Dr. Munchies Templaten. Ein Legasyscan. Du bist gestorben, 1. Juni 2015. Das... Wann war das... Moment, der Scan-Termin war doch am 2. Juni, oder? Ne, am 2. Mai. Wir sind nicht einmal ein Monat nach dem Scan gestorben. Das ist jetzt schon ziemlich... traurig. Na gut. Audioaufzeichnungen anhören. Postscan, Leitplan, letzte Aufzeichnung. Oh. Das ist jetzt interessant. Okay, that's it. Wow. That was fun. That's a relief. Still figuring this out, so... This freaky. So many lights. What do we do now? Paul and I are gonna run tests for a week or so. Then we'll work out a road map to your recovery. Well, I feel excited. Can't wait to get back to the living. Okay. Okay. We've worked everything out. Everything is legal. Vouched for by Dr. Peek and Professor Wei. Oh, that's great news. No big change in medication. You'll be taking an aspirin every morning, but that's about it. Paul worked out a diet with some variations you should try out. You can continue doing physical therapy. Also, there's some extra cardio training every other day. Okay. Getting complicated. Don't worry. It's really not. We're gonna keep an eye on you every week. So we'll be able to adjust the plan if needed. Und die letzten Worte. Und die letzten Worte. Okay with that? Using it for my research? Sure. It's like a part of me lives on or something. Like a donated organ. You know what sucks about dying? What? The crash. Everything up till now. Brain damage. You guys. Everything. It's made my life so much more real. I started thinking about all the things I was going to do. I've never been more excited to be alive. All that hope. Wasted. Mal wieder so ein trauriger Moment. Wir könnten Dateien löschen. Sollten wir unsere Dateien löschen? Ich bin mir relativ sicher, dass... Naja. Eigentlich eine gute Frage, wenn die Dateien alle löschen sollten. Sie sind historische Template für AI-Konstruktion. Any self-respecting engineer wouldn't use Legacies anymore, but they're grateful earning. They come with every development kit. So, my brain scan turned into a template for artificial intelligence. You should be proud. So much for that mystery. No magic or time travel needed. I was here all along. Waiting for someone to shove a picture of my brain into a suit and hit the power button. Nicht viel anders war's. So, dann würde ich sagen, schauen wir mal, dass wir den hier noch updaten. Können wir hier eigentlich rein? Scheinbar nicht. Gut. Meint war das jetzt hier? Nö. Dann war es hier draußen. So, steckt Platz 1. Chip. Ah, der externes Gerät. Sehr gut. Umgebungen. Strand, Skihütte. Versailles. Na, auf Chip kopieren. Defekte Daten. Scanraum. Auf Chip kopieren. Und vielleicht ist das schon das Rätsel Lösung. Tankfluten. Kopieren wir es auch. Immogen Reed. Hm. Dann können wir auch mal... Ach so, den können wir gar nicht kopieren. Na gut. Dann können wir eh nichts mehr tun. Also können wir gar keine Module laden. Zumindest nicht hier. Na, schauen wir mal. Vielleicht funktioniert es ja. Und vielleicht machen wir hier zu, falls danach ein Monster versucht hier reinzukommen. Wenn wir hier fertig sind mit unseren Machenschaften. Gut. Und ja. Wir waren die ganze Zeit hier. Und sind ein Monat nach dem Unfall... Nicht nach dem Unfall nach... Nach dem Scan verreckt. Gott. Ist wirklich nicht ohne. Gut. Scanraum. Probieren wir das mal. Vielleicht beruhigt ihn das. Das war nicht so schlimm. Stromau hat mich wirklich gut gemacht. Bastard. Was? Woher hat er... Alice? Die Scan ist fertig. Du fühlst dich gut, Mr. Wan? Chan? Wo ist Alice? Sie hat er. Mr. Wan, ich muss mir die neue Sicherheitsgefahr. Was? Warum? Warum hast du das? Das ist ein Trick. Nein, es ist okay. Ich versuche es. Ich weiß, dass du nicht konntest. Niemand von uns ist real. Aber du wirst mich nicht verbrechen, wow. Hörst du mich? Du wirst mich nicht verbrechen! Ich glaube, wir müssen die Szene bauen, damit es mehr was er erwartet hat. Als nächstes er beginnt, haben wir ihn verloren. Du bist richtig, wir müssen das durchführen. Wir brauchen mehr Daten. Und nicht. Shit. Kann ich eigentlich beide Chips mitnehmen? Nur so als Interesse. Ja, kann ich. Sehr gut. Habe ich das auch im Inventar? Ja, sehr gut. Gut. Dann hoffe ich, kommt jetzt hier kein Monster. Schaut gut aus. Gut, hier war er nicht, soweit ich mich erinnere. Dann schauen wir aber hier. So. Das kannst du. Kannst du es mit jedem machen? Ne. Ich glaube nur mit denen, die wir es brauchen. Ja, vielleicht können wir die Simulation machen, aber es ist wichtiger. Okay. Hier scheint es ja einige an Info zu geben. Er hat so diese Faltkunst, Origami gemacht. Faltkunst, ganz genau. Ja, das heißt Origami. Gut, dann hören wir uns mal alles an. Irgendwas davon wird schon sinnvoll sein. Fairchild Award. Okay, diesen ganzen Schmarrn schauen wir uns gleich an, sobald wir hier das gehört haben. Das war's. Brandon, you ready to go? Strohmeier says it's time to move. I'm waiting for Strasky and I'll borrow to pack up their stuff. Head downstairs and I'll meet you there. Don't take too long. Don't worry, we're right behind you. Seems like they were getting ready to leave. Heard some lady telling Brandon to hurry up. You got that from the intercom? Must be a transmission buffer. Hang on. That's Alice Koster. Wouldn't have guessed they even knew of each other. Interesting. Koster, okay. Gut zu wissen. Foto von einem Canyon. Vielleicht im Great Canyon. Ein Schloss. Ein Bote. Und irgendwas in Japan. Gut. Hier drunter was? Nö. Gut. Oh. Oh. Brandon won. Gut. Gibt's irgendwas, was wichtig erscheint? Ich glaube ja nicht. Hier. Oh. Das schaut interessant aus. Brandon. Ich bin wegen des Scans völlig durcheinander. Alle sind so tapfer. Nur glückliche Gesichter. Keiner zeigt Bedauern. Weißt du noch, wie du gesagt hast, du würdest meine Hand während des Scans halten? Wenn das Angebot noch steht, würde ich es gerne annehmen. Wenn wir uns zusammen scannen lassen, können wir auch den Hangover danach zusammen überstehen. Sie sagen, ein paar Tage bräuchte man schon danach, um sich zu erholen. Viele Küsse. Alice. Sie haben eine Nachricht von Alice, das macht mich zu denken, dass sie mit Branden stand kam. Okay. Das ist wirklich sehr komisch. Wir können definitiv das benutzen. Ich glaube, wir haben das, Simon. Ich kann das synthesizei Alice's voice aus dem Intercom und es um sie zur Simulation zu impersonieren. Wir können ihn durch die Flügelen sich zu fühlen, um sich zu öffnen. Wohl. Ich bin definitiv gut so gut. Okay, äh, Akers, okay, das ist alles vor, ne, das ist hier was ganz Neues. Akers hat endlich die Vakuenin von Delta zugestimmt, Goya, Krier und ich sind nach Täter umgezogen. Akers meinte, er würde noch ein bisschen länger bleiben. Durchgeknallter Bastard. Ich bin zwar stolz auf meine Arbeit, aber seit sie von der Oberfläche keine Ersatzselle mehr schicken, geht alles drunter und drüber. Ganz ruhig, Catherine, ich möchte das lesen. Hubbard hat zusammen mit Alice meinen Archescan gemacht. Straumire hat mir erzählt, dass mir der Hangover quasi umbringen würde. Was für ein Arschloch. Anfangs ging es mir noch ganz gut, ein paar Stunden später aber bekam ich fürchterliche Kopfschmerzen. Am schlimmsten aber schmerzte diese Chantulla. Sie kann manchmal so unangenehm werden, dass sie mir die Haut aufstellt. Gut, dass sie das nicht lesen kann. Wobei, vielleicht kann sie es ja komplett vernetzt. Straumire ging total an die Decke und untersagte alle zukünftigen Scans für das Arche-Projekt. Anscheinend wollte Conrad bei der Kontinuität mitmachen und gab sich gleich nach dem Scan direkt im Pilotensitz den Rest. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir neue Sicherheitscodes bekommen werden. Oh, habe ich gerade gehört, dass das Comrebi-Vermessungsteam nach Delta unterwegs ist, um Acres abzuholen. Es ist jetzt schon seit Monaten alleine da. Keine Ahnung, was sie in der Zwischenzeit gemacht hat. Ja, bei Delta gibt es kein Leben mehr, also. Und gab es wahrscheinlich auch längere Zeit, vorher nicht. Aber sehr gut. Haben wir eigentlich von dieser Alice schon Stromer, Mark Serang, Robin Bass, Martin Flasher. Ne, scheinbar haben wir dann die wirklich noch nicht kennengelernt. Ne, Guy Conrad. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir alles, was wir jetzt noch hier zu tun haben für die Sicherheitscodes. Das ist alles, was wir jetzt noch nicht verwendet haben. Ist alle AI selbstbewusst? Sie glauben, dass sie auch Simon sind? Was? Nein, Simon. Ne, keine Angst. Es ist nicht so, dass wir einfach die Menschen in Robots und Maschinen haben und sie rauskommen. Das wäre wirklich krass. Es funktioniert nicht so. Oder zumindest es nicht so funktioniert. Wirkliche Maschinen, die Menschen zu denken, dass sie sind, ist definitiv noch neu. Aber Sie haben sie für die Arke geschenkt? Ja, und ich habe das Grunde genommen, um den Methoden zu inventieren. Okay. Ja, wer ist noch real? Gibt es noch einen anderen, Simon? Das sind alles so Fragen, die ich mir bis jetzt noch gar nicht so wirklich gestellt habe. Aber gut, steckt Platz 1 und 2. Gut, dann würde ich sagen, im Scanraum mit dem Modul Alice. Auch wenn es, man kann durchaus sagen, es ist so ein bisschen grausam, dem vorzumachen, dass seine Freundin da mit ihm in dieser virtuellen Realität ist. Aber gut, wir retten die Menschheit. Oder? Oder? Oder auch nicht? Ich glaube, ich hatte es kommen. About Stromer. Er sagt, er hat mich an den News-Site für ASAP. Was soll ich ihm sagen? Das ist okay, ich kann ihn sprechen. Wait, didn't Sean just tell you to take it easy? Don't worry, ich werde nicht sagen. Ich fühle mich verletzt. Okay, es ist 1729 über 42, 12 über 407. Ja, ich habe es. Ich bin sorry, Mr. Wong. Ready. Goodbye. Wait. No, wait. Das ist genug. Wir haben was wir brauchen. Ist das was wir? Simulation? Ja, aber es sollte nicht mehr so sein. Du bist immer du. Ich bin nicht sicher, was zu tun mit den Daten. Du entscheidest. Wir können die Daten löschen oder herunterfahren. Kann ich die mitnehmen und wir können sie auf die Arche verfrachten? Wobei, die sind ja eh alle für die Arche gespeichert. Kann ich die jetzt überhaupt noch löschen? Kann ich die noch? Ne, ich kann die eh nicht mehr löschen. Ich habe das schon verschissen. Aber gut, löschen. Ich meine, sie sind ja eh alle für die Arche bestimmt. Und ob da jetzt hier Chips rumliegen, ist ja auch schon wurscht. Und solange die Dateien dann tatsächlich auf der Arche drauf sind, fahren wir hier nur runter. Gut. Dann würde ich sagen... What the fuck? Das war vorher noch nicht so, oder? Oder? Ich glaube irgendwie nicht. Oh Gott. Gut, dann würde ich aber sagen, was wir jetzt weiter tun. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Achso, ich habe hier kein Inventar. Moment. Wo habe ich nochmal Catherine hingetan? Achso, ne, Catherine war ja im Startraum. Gut, dann gehen wir da jetzt wahrscheinlich auch hin. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Oh, wo wir wahrscheinlich dann das Dunbed endlich funktionstüchtig machen können. Ja, weil dafür war ja das Security Code, um die Tür zum Dunbed zu öffnen. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bei Let's Play Soma. Bis dahin sage ich Tschüss, Leute.